Ich denke, dass wir einfach unseren Matchplan wieder durchziehen müssen, schnörkellos nach vorne spielen und sehr kreativ. Ich glaube, dass es ein Geduldsspiel werden wird, weil die Hardbäger ein bisschen von der geordneten Defensive kommen. Aber ich bin sehr optimistisch, weil der Trainer uns das richtige Rezept dafür gegeben hat. Untertitelung des ZDF, 2020